Hey! Fick dich! Denk ich nur bei der Habitur? Ich bin ich was besseres oder was? Oh Gott, das will ich. Wie kann ich denn sowas annehmen? Ich schätze von dem Scheiß. Ich bin doch nix mehr. Oh Gott. Was ist denn das? Ey, gib her, du Assi. Ey, mach mal locker, ey. Gib her! Gib her, du Assi! Aber Alter, bist du behindert? Das hat genau der Richtige. Wer ist denn hier behindert, du Manko-Gesicht? Mein Fressen, ich will dich nicht zu Hause, das hat sich jetzt da!